Stopp, stopp, stopp! Willst du nicht die Gamaschen? Achso, ne, ganz hoch in die Herde. Okay. Und wann darf der auf die Koppel? Der hat sein Gras doch hier. Ja, mein Schatz, der bleibt in der Box. Josef, die Koppel sind doch offen. Ja, aber es reicht doch so, der muss doch nicht auf die Koppel. Kann doch hier Gras grassen. Okay. Kommt er nicht zu der anderen in die Herde? Nee, du bist lieber allein. Das ist ein Einzelgänger.